Oder nach Potoschka, Supermarkt, glaube ich, ungefährlicher. Ja, von Potoschka, Supermarkt und dann aus Erki, oder? Ah ja, wenn der Samu ankommt und überlebt, soll er einfach nur genauer als er Loot kriegt und soll sich wieder verpissen, weil wenn es hell ist, dann können wir ihn Magie anholen und dann, bzw. wenn der Magie Glück hat, können wir ihn mit dem Auto anholen und er überlebt das Barlota Airfield. Weil ich mach halt wirklich die Gunst der Stunde nutzen und halt. Ja, freilich. Warte, ich renne die ganze Zeit ins Meer, ich will. Alter, die Nacht ist so extrem. Wir brauchen übrigens ein Messer, weil ein Graskocher und Streichhölzer haben wir im Lager. Dass man Fächer schlachten kann, oder? Ja, genau. Wir laufen immer wieder so heißen umeinander, den musst du auch schießen, dann kannst du mit dem Messer schlachten. Ah, okay. Dass du irgendwelche Kraften, glaube ich, und dann hast du so Steck, den kannst du gebräunen kannst. Wie das genau funktioniert eigentlich auch noch. Alter, das ist gerade so spooky. Ich renne, wenn du von Kamenka Richtung Barlota rennst, ist doch der Leuchtturm. Ja. Und der funktioniert, Alter. Und jetzt sieg ich 10 Sekunden immer nix und 2 Sekunden lang sieg ich, oder oi Sekunden siegst dann alles um dich um mich im Umkreis von 50 Metern. So cool. Hoffentlich kommt da jetzt keiner mit dem Gewehrl, Mann. Aber der siegt mit 1,5 Sekunden, das ist immer das Geile. Ja. Das ist schon wie ein verzögertes Strobo. Das ist schon cool, die Nacht. Du siegst ja nicht gar nix, Mann. Kein WLAN und kein Facebook so dunkel ist da. Dunkel und kalt, ja. In dem Leuchtturm ist da jemand, wo ist da drin? Wo ist das zufällig jemand? Tja, ey. Das kann immer was drin sein. Wenn das Affe klettern ist, vielleicht. Sag ich mal so. Ja, weil bei den ist ja auch so bei Green Mountain, dass in dem Turmus drin ist, gell? Ja, normalerweise liegt auch guter Loot, Alter. Es ist aber der gleiche Turm, oder? Nee, nee. Aber wie gesagt, weil normalerweise ist ja bei Green Mountain da auch nix drin. Deswegen ich schau jetzt trotzdem mal, vielleicht liegt da wirklich auch Knifte drin. Wenn ich schon mal da bin. Genau, wenn du schon mal da bist, dann schaust du daheim. Was hast du jetzt im Inventar, Simon? Äh. Was ist der Check? Hast du Bandagen dabei? Ich hab zweimal Bandagen dabei. Einmal Blotback, einmal Morphine, einmal Antibiotika, einmal Painkillers. Und fünf Magazine. Wo wir nur voll Blots im Rucksack. Ja, mein Rucksack ist fast komplett leer. Du hast Bandagen dabei, Morphine. Zwei Kantines. Ja, ich hab auch zwei Kantines dabei. Jetzt steh ich direkt am Leuchtturm, drehe ich hier alles aus dem Umfeld. Das ist so geil und nicht so cool da. Das glaub's. Das ist ja super fein. Ich hoffe, ich hab Lust, dass du nicht schon da drin hab. Dann bin ich über dem Leben. Ich würde nur nehmen mal eine Map weiter. Ich hab eine Map. Oh okay. Ich hab eine Geil. Ack zu sein니 zu sein. Ich hab eine Geil. Ich hab eine Geil. Ich hab eine Geil. Du bist kein Geil. Ich hab meine Geil. Sie sind keine Geil. Sie sindonom App. Sie sind mit einer Geil. Sie sind mit einer Geil. Kann man da irgendwas als Stats nachschauen? Der war immer in dem Lobbymenü drin einmal gekommen. Keine Ahnung. Kannst nur in der Lobby nachschauen. Mittlerweile müssen wir so 8 Stunden survived haben, oder? Oh Gott. Ausbrochen. Ich bin vom Leuchtewutte gefallen, Alter. Glauben. Es hat sich rendiert, Alter. I know that feeling, Bro. Der kleine Pieser. Aber da war nix dran und ich hab mir komischerweise weder Wälder noch irgendwas gebrochen. Überleg? Ja Mann, ohne einen Kratzer sogar. Hat auf den Arsch gelandet. Ja Mann, also irgendwas war da nicht ganz koscher. Gut, ich renn mal weiter. Fuck. Alter, jetzt hab ich einen... Weih im Horror für mich, so g'seig. Der ist jetzt im... Blitz. Der war jetzt ein Blitz und in dem Moment ein Render vor mir vorbei, Alter. Glaub ich häng. Jetzt siehst du minder, oder? Nein. Ne, jetzt ist er schon wieder fort. Dafür haben wir jetzt ein Zombie gesehen. Kurall. Auf die Nacht. Jetzt wird's wieder hell. Nein. Okay, jetzt kann's kommen. ich renne jetzt sofort Richtung wenn ich jetzt vielleicht draufgehe ist mir wurscht also leicht verschätzt würde ich behaupten oder der Flur ist jetzt 3 also jetzt ist es eigentlich 54 also kann man sagen 54 dann ist hell wo ich bin ich glaube jetzt gerade steil ich habe jetzt gechillt in der lobby ok ach er hat gechillt man ja ich trink keine kann man chillen ok boys jetzt sickt mir doch wieder was reggie ab geht's komm auf 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 wo bist du? Pushtoschka looten Pushtoschka? ja ja wir haben hier noch wo bist du? bei die 12 da nichts von dir ja ich sehe dich schon ja ich fass südlich ich fass nix ich habe gesagt südlich südlich alles klar ab geht's ja ach komm jetzt reload ihr alter Stadthäusner ja koop hirn ja ja das hat ich bin immer verscheid Ich glaube der Typ war gerade wieder Connecten und er ist vor mir aufgepoppt und ich habe ihn gleich ins Gesicht geschossen Sollen wir in der Himmelsrichtung, nach Süden oder? Ich lauf südöstlich jetzt Ich lauf auf 130 120 120 ok lauf ich richtig Muss man schon gedacht Am Regalhaus vorbei Ja aber links Ja links vorbei, nicht rechts Ich lauf links vorbei Ich lauf da wohl dran nach dem Ocken Hans du bist tot Ja, da vor mir waren zwei Leute Kling Also einer war Cock und einer war Kling Und ich renne da gerade zählenruhig mit den Gedanken ganz woanders da Und dann denke ich mir Hä? Bin ich jetzt? Will gerade mal Waffe ziehen, ziehe leider die G7 sind und schieße auf ihn Wow, die Reinschlag hier Na War das ein Donner oder war das ein Millie? Ja Ja, das ist alles Donner gewesen sein Was hast du denn vermutet, den Einschlag? Ähm 140 Südöstlich Ja, alles klar Ich lauf mal die Richtung Na, das ist Donner Nimm Pushtoschke Nimm Pushtoschke Na ja, erstmal muss es sein, Alter Na ja, ich hoffe Macht sie das Auto jetzt fit oder was macht sie? Wir looten erstmal schnell essen Jetzt hast du die Am 249 verloren, wieviel Max hast du dabei gehabt? 2 2 Ok Alter, wieviel Lack habe ich jetzt bitte genug gehabt Hat er wenigstens ein gescheites Deal gehabt Ein tschechen Backpack Ja, gut Und äh Fuck, Alter, aber ich habe jetzt die Geknifte dort und da war das mir wird mir da zu brenzlig im Ballot da, Alter, ich bin jetzt weggerannt Hat er vier Geknifte gehabt? Ja, ich habe jetzt ohne mit Stannack aufgekommen, das war... Ich kann es dir jetzt gerade nicht sagen, was ich bin auf dem Wegweg, weil der... Ich glaube der ist gerade eingespawnt und war dann vor mir Und dann habe ich ihn ins Gesicht geschossen Es tut mir leid Aber es ist so Ja, sehr geil Kommst du zu uns nach... Ja, bin gerade auf dem Weg Ok Für die Bushmaster und AR so eine 300er Kaliber Schale Sehen wir kurz ruhig bitte Ja 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 Ich sehe gleich wie ein Flugzeug Aber ich sehe nichts wie hier die Wolken Ja, dann höre ich Ja Ja Hast du einen Kompass? Ja Ich glaube das Geräusch hat letztlich hergekommen in die Richtung Glast Was macht ein... will, will, mach ich den schnell wieder auf, sag mal K K Na ja, Südost Fast schon ein wenig südlich, fast schon ein wenig nach Baluta Richtung Ok Ja Ja Eigentlich ziemlich genau Richtung Valuta Das ist sogar Heli Heli Ja Ich herren Ich herren auch Der kommt Richtung Green Mountain Kommt Richtung zu uns halt Oh Gott, wenn er den Ohlstürz bei Potoschka war das letzte Mal war, da haben wir direkt davor Ja Bleib mal da noch bei der Fischerei gleich Ja Kommt uns entgegen Der kommt uns entgegen, ja Oh Gott Ich hoge nur Blots im Rucksack Du schmeißt halt dann zur Not irgendwas weg Oh Gott Sag zu mal, wenn der unten kommt, dann renne ich gleich zur Aiche, aber das schaut fast nicht so aus, oder? Südosten Kommt Richtung Osten Da, ich siehne, ich siehne Ich siehne Ich siehne Der kommt direkt auf uns zu, dieser Heli Crash ist das geil Oh Gott Jetzt geht der runter Reggie 16, der ist nicht Wow, lauf, 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 lauf Äh, den haben wir mehr Leute gesehen, schau mal Da schreiben grad zwei Pickers ab Was? Da haben grad zwei Leute geschieben Oh, ja, okay Jetzt AI Okay Das ist ein Heli Crash, Alter Oder? Ja Aber, da haben grad mehr Leute geschieben, das ist Geschenkung Stimmt, Alter Ja, Mann Ist das ein Heli Crash? Ja, der stürzt jetzt auch Ja, oder? Doch Ey, passt's mal auf, Mann Bei euch, da sind auf jeden Fall nur Boer bei uns am Start Weil die haben jetzt Ja, Potoschka, Gartstage Oh Gott Er ist Richtung Vybor gelaufen Richtung Vybor, ja Vom Guardhouse, Richtung Vybor weg Also Richtung Heli ist er gelaufen Ich sehe ihn jetzt nicht Ich glaub, dass du die Strasse nicht Am Heli ist ein Spieler Am Heli ist ein Spieler Okay Am Spieler ist ein Heli Ja Stimmt ja eigentlich auch, geil Stimmt's Stimmt's Druck mal noch eine Tannenreihe weiter vor Der Laft Der Laft Der Laft am Feld Richtung Nordwesten Ich glaub ich rein grün und die falsche Richtung Magi, das Baugebäude Du bist da vorne hinterm Damm, oder? Stimmt's Der Laft Der Laft weiter weg Ich sehe ihn Der Laft Weißt du, wo das Baugebäude ist? Der Laft Richtung Norden Der Laft Richtung Norden Und After Wiesn ist auch Spieler After Wiesn, wer ist denn das? Richtung Norden Ich bin rechts zu dir Vor mir, After Wiesn Ich lege jetzt hinter Steinmauer Oberhalb von Also südlich von Oh ja, da Genau Oh ja Oh ja Yo, yo, yo Oh der Wir haben jetzt da geschossen Ich Ja, ich hab dich schossen, Herren Ich bin schon in die richtige Richtung gelaufen Soll ruf mich mal raus Ja, nice, nice, nice Der hat eine gute Waffen, Alter Wir liegen da hinterm Bamm Wie, gell? Wir rennen da miteinander Wir rennen da miteinander mit einem schwarzen Rucksack Ich? Ja Ich hab einen dunklen Rucksack Wir haben einen Spieler Der hat eine gute Waffe Warte, wir legen uns jetzt beide mal hin, Radli Ich glaub du bist nämlich hinter uns Ich hab dich Und jetzt Okay, Simon liegt die Ja, ja, jetzt seid ihr Ich komm hinter euch Ich komm jetzt in den Wald reingelaufen Da ist nur einer gewesen Der war ein bisserl weiter weg Der war ähm Der Höhe, wo der Spieler liegt ungefähr 100 Meter weiter unten Bei den Laubbäumen Maggi, kannst du mich mal hinten in den Wald säfen? Ja, ich schau grad hin Ich renne schon grad hinten, Affe Und schau, ob da jemand ist Ist der schon bis zu den Laubbäumen gekommen? Denkst du? Ja, der ist auf jeden Fall zwischen den zwei Tannenbäumen, Laubbäumen in die Büsche eingelaufen Der hab ich dahinter gesehen Und da hab ich auch einen gesehen Ich glaub der hat auf den Quad im Busch Der hat den Gsenk gehabt Der ist jetzt abgedampft Aber der, wo wir erschossen haben, der hat eine gute Waffen Ich weiß, ob wir den halt irgendwie aussichern Ähm Ja, warte mal Dann haben wir den loten können Bist du? Ich hab so viel Platz im Rucksack Da bist du? Ja, dann musst du hin Ich hab schon voll dabei Soll ich hin oder was? Gebt's mir Deckung Sag mal kurz Da bist du? Ich hock ungefähr Oberhalb von ihm 50 Meter vom Spieler weg Ich lieg Richtung Süden Ich schau Oh Gott, ich hab die Spieler schon umkreist Ich bin links von dir Ok Ja, du kannst hin Ich hab Gute Sicht Ja, ich lauf hin Ich holster meine Weapon Ok, ich seh dich Ich bin 100 Meter oberhalb von dir Ok Lauf hin Ich holster die Weapon Ich holster die Weapon Ihr müsst mir helfen Ja, südisch Klamotten sind glaub ich auch geil Ja, der hat gute Klamotten Da kommt einer über das offene Feld Also nördliche Richtung Mx Kommt der meine Richtung? Ja, nördliche Richtung Auf uns Zoo rennt Übers offene Feld rennt der Unten bei den Steinmauern War der jetzt Ok Der ist in der fetten Riesentanne Da stehen doch die fetten Riesentannen Da war der Ok Nördlich Ja Ja Also kommt der auf mich Zoo Ja, schau Richtung Lopatino In den fetten Tannen drin Der hat saugeile Sachen, Alter Fuck Ja Reggie, der ist jetzt links vor dir Links vor dir Wer ist denn da auf der offenen Wiese? Ich hocke auf der Wiese hinterm Busch Hinterm Busch Ja, links vor dir Ich geh prone Ja, links vor dir war der dann In der Tanne links vor dir Links von mir Ja, ja, ja Da Da Alles klar In den Tannen Siehst du die große Tanne in der Mitte? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Da ist der hier gerannt Der ist da irgendwo in der Tanne drin Ok Ihr habt sich nicht da oben umgebracht mit einem Helm? Das ist Das ist sein Buddy dann Der sauft sein Buddy Das ist der zweite Spieler Wenn ich Loot legt er mich um Wenn ich Loot legt er mich um Wenn ich Loot legt er mich um Ich renne mal zu dem anderen hin Warte mal was hat denn der andere gehabt? Ja, halt mal den Tannenbaum im Blick Wenn ich Weapon holen dann kann ich weglaufen Der hat dann... Ah, der hat vielleicht auch einen Tschechenrucksuck gehabt, gell? Lauf weg Zickzack Lauf in den Wald runter Oh Gott, der hat ein MX-6,5 Reggie Hast du schon gelootet? Nein, ich kann nicht, Alter Oh Mann, ey Ey, der hat acht Fallmax der Typ da neben mir, gell? Ja, Mann Nimm's mit Nimm's mit Ich hab keinen Lootz mehr Wo ist denn jetzt der Typ in der Tanne? Der ist auf die Tanne zugerannt Ich weiß nicht ob er noch in der Tanne drin hat Oder ob er schon westlich von der Tanne weitergelaufen ist Ich bin jetzt auch bei der Tanne bei Steinmauer Schau, ob ich hinter ihm hinkommen kann Ja, ich lauf auch mal Ich flank auch mal Es kann mal jemand dann zu mir nur herkommen Und schau, ob er den Fallmax mitnehmen kann Aber ich schau jetzt auch mal in die Richtung Ja, ich denk gern den Typen sei MX-Looten Der hat proppenvolles Equipter-Typ, den wir umgebracht haben Wolle gern looten, aber mir macht er auch eine Spieler-Sorgen Ja, der ist da irgendwo noch Der war da, wo der da die Spieler liegt, oder? Wie weit war der da weg? Da war du grad woast, Simon Ja, da war der da die Spieler liegt Bei dem Busch? Nein, der ist 100 Meter weiter unten Weiter nördlich Oder 200 Meter In der Baumreihe Da ist doch die Reihe mit den Tannen drin Mit den kleinen Steinmauern In der Linke oder vor der Straße? Richtung Vybor Durch Straße Oder bei uns Straßenseite Bei uns auf der Straßenseite? Ja, das war der zweite, was ich gesehen habe, Reggie Ja, ja, das war der Der ist jetzt da in einer von den Tannen drin Der Watt Der Safe Climbad ist ein Equip 100 Pro Wenn ich hingehe, bin ich dort Der ist bloß noch Das Ding ist halt, dass der bloß noch Das sind vielleicht nur 150 Meter, gell? Oder 200 Meter In den Tannen ist der drin Ich schau mal, dass ich ihn eventuell flankieren kann Ja, weil wir main den Typen umbringen, dass wir Die MX abziehen können Ich möchte Waffen Unbedingt in unserem Lager haben, Alter Ich hab's jetzt noch geschafft Ich hab jetzt euer AK-Mac weg Und dafür nur 2 All-Macs Alles klar Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Vielleicht sogar in der Tannen drin flackt Hast du ihn? Ja, ab dem war ein Augenblick Okay Maggi, wo liegt der, was du gesehen hast? Das war nicht der Das war bloß so ein Asgeschaut Ich hab grad mit dem Ferngleis weitergeschaut Das war bloß Hallo, jetzt bin ich wieder da Okay Okay Also kann ich jetzt den Typen looten Warte mal Wo ist die Lok denn, ob der schon tot ist? Ich glaub nämlich nicht und ich kann Alter, hab ich jetzt ja gut Wo ist es für eine Tanne, Raggi? Es ist gut Tanne Der liegt gerade Warte mal kurz Ich hab' ich zu ernst gestresst Über Problemchen Über Problemchen Ich glaub der ist eigentlich noch nicht hier Der liegt hinter der Mauer Da ist gut Tanne Wie weit von der Leiche weg Wie weit von der Leiche weg Okay, jetzt ist er down Alles down, nice Wie weit von der Leiche weg Ich glaub ich Der ist ungefähr Ähm Boah Ich bin schon herzliche Tranche gelaufen Mann Sorry, war bloß kurze Action jetzt, nicht? Und da ist auch keine Tanne Nein, das war vielleicht ein anderer Spieler nochmal Oh cool Also ich geb' noch kein grünes Licht Ich komm' mal von der Seite, wo ich den gesehen hab Alter Der hat ein Carryall Backpack und so äh Oh Gott, Schüsse auf mich Ja, und ein Uniform Okay, ich bin getroffen Der kommt von unten Der kommt von unten Der kommt von unten Der Schüsse Ich bin getroffen Wollen wir mich zurückziehen? Ja, zieh dich zurück Ah, geh auf den Gilly, das los ich genau Was ist denn Gilly? Der hat ein Gilly gehabt Oh nice Ich komm' jetzt wieder in den Bultapfel Ja, ja, komm 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 Ich bin bei dir in der Nacht Ja Siegst du mich? Ja, ja, ja Wir müssten unterhalb in den Bult gehen sein Ja, der hat unterhalb von dir Und der betannet, da war ich vor Da ist so eine Mauer Und so Oh Gott, da wird die Fall abgelegt Ich hab ja nicht keine Munition mehr Ich hab ja mx dabei, alter Ich hab ja mx dabei Du kannst doch den Typen jetzt g'swind looten, wenn du ihn willst, oder? Und auch ein Bloodback Ich hab ja mx dabei Ich hab ja mx dabei Ich hab ja mx dabei Ja, bei den Tannen Hinten die Tannen Ja, bei den Tannen Ist das wieder in der oberen Reihe oder was? Vielleicht wollen sie sie chasen Unten sind nur Spieler, ja Bei der Leichen ungefähr nur 100m weiter links Weiter links, ok, gut Es ist mindestens noch einer gewesen, oder? Es waren mehrere, denke ich mal Zwei Zwei Mindestens zwei, denke ich Ich geb den Bloodback Den unter Spielern hat jetzt aber auch noch gelootet, oder? Also einen habe ich gelootet Er haut einen riesen Ruckstock Kann den nechste weiter, alter? Er haut einen riesen Rucksack Kann den nicht belooten, alter Ich hab keine Munition Ja Reggie, nimm mal aus meinem Rucksack Das Standard Der Leiche hat ja nur so Tankklamotten, Maggi Den kannst du looten Bei der anderen Leiche? Ja Ja Ja, ich geb dir Deckung, wat? Ja Und dann schauen wir, dass wir hier rauskommen, alter Ja Ja Du base mal Ja Der Zizi Maggi, wenn du da an der Mauer bist Da ist, ähm Wenn du Richtung Baugebäude Ja Du hast sowieso schon Fall dabei, oder? Ne, ne, ne Bloß Da liegt nur Fall von mir Shit, Alter Der ist ungefähr 10 Meter entfernt Lauter CC Link, ja Hol einmal du schnell Carry mal dein Holst einmal Nein, holst drei Waffen Das ist gescheiter, glaube ich Du bist schon geholst, ne? Ja, Turbo Dann nimm dir schnell die Militärklamotten Ich bleibe im Volt Okay, dann nehm ich die Fall mit Ja, nimm die Fall mit Dann leue ich aber, der CZ-805 brennen Ja, leue ich die Nein, der Assault Nein, der war nur ein Assault-Rifle, der da oben aneinander liegen Die leue ich da liegen Wenn sie uns schon in der Handhaus dann, ja Soll ich den Carry-All-Backpack nehmen? Ja, nimm dann, der ist größer Ist der größte Okay Ja, ich kann höchstens jetzt von dem Typen Ja, der hat, na Der hat jetzt auch nicht mehr mal zus dabei Ich weiß nicht, was der Reggie die Fall hier hat Ja, komm auf, komm auf, Digger Ich weiß nicht, was der Reggie die Fall hier hat Das heißt das? Mauer, hat er gesagt, an so eine Steinmauer. Wenn du Richtung Baugebäude weiterlässt, weißt du, welches Baugebäude ich meine? Ja, ist das Richtung Westen einfach, oder was? Nein, die gleiche Hille von der Mauer, einfach Richtung Baugebäude, hinten so einen orangen Busch. Häusern und ab, Turbo, Turbo, mein Freund. Maggi, wir fallen ein bisschen zurück und warten auf die im Wald, Utoschka, wo wir waren. Ja, ist das Baugebäude Richtung Pustoschka weg? Richtung Lopatino. Richtung Nordwesten 320, die Richtung von der Mauer ungefähr 3, 5 Meter, hinter dem rauen Busch sollen es 6 Meter sein. Also tun wir es circa 320, also die Mauer einfach Richtung Nordwesten 320, dort 10 Meter hinter dem orangen Busch. Da habe ich die Fall liegenlauer, weil ich da dann beschossen worden bin. Ich sehe es, oder? Ja, ich sehe es. Oh Gott, du bist ein Gott, wenn du das dringend auch so willst. In die Hand und rein so schnell du kannst. Wolltest du, wo unsere Base ist? Ja, freut mich. Er war ja mit Gründungsmitglied. Dann lau ich die CZ da. Ja, lau es da. Da ist auch die CZ. Aber haben wir die Mags jetzt auch, oder was? Ja. Treffpunkt Base. Raus aus dem Gefahrengebiet. Ganz schnell, Alter. Wir haben jetzt ja drei Leute umgelegt, Jungs. Okay, ich hobs, ich hobs, ich hobs, ich hobs, ich hobs. Ich hobs, ich hobs, ich hobs. Ich hobs, ich hobs und den Ghillie hobe ich auch. Nice, Alter. Weg der... Und dann voll Suppressor hobe ich auch noch am Start. Oh Gott, ich habe Suppressor auch noch keinen. Ich mohle jetzt bloß nur Heil-Assi kommen, Alter. Ich renne jetzt wieder Richtung Pustoschka, gell? Ja, lau, lau im Wolt. Nein, 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 Pustoschka. Lau im Wolt-Apfel. Okay. Ja, du kannst den Ghillie schon hoben, Alter. Ich brauche ihn dann nicht. Alter, ist der fett. Hauen wir ebel ab. Kommt's mal daher, weil... Nicht, dass der noch ein Wolt aufhört. Nicht, dass der noch ein Wolt aufhört.